Hast du dich auch schon gefragt, wie dein Sync3 Navi funktioniert? Komm mit, ich zeige dir das! Unser Sync3 Navi ist einfach zu bedienen. Mit wenigen Schritten kommst du direkt ans Ziel. Im Menü Suchen kannst du deine Heimatadresse einstellen und findest jederzeit wieder den Weg nach Hause. Hast du auch eine Frage zu deinem Sync3 Navi? Dann schreib es in die Kommentare und wir beantworten deine Fragen im nächsten Post.